Hey Leute, willkommen zurück zu Slay's Spire. Mit wem haben wir es denn diesmal hier im zweiten Akt zu tun? Mit dir, okay. Dann müssen wir jetzt mal schauen, wie machen wir das damit am besten. Wir haben 260 Münzen. Und hier unten haben wir schon auch Direkt-Shops. Die Frage ist halt, haben wir hier oben, da oben hätten wir noch einen Shop auf der Seite. Und wenn wir jetzt mal gucken, da haben wir überall einen Elite-Gegner. Hier haben wir eine Menge Gegner. Ich würde ja fast sagen, ich versuche das über die linke Seite hier so ein bisschen. Dann haben wir da einen Shop, dann haben wir da ein paar Events, die können wir mitnehmen. Dann haben wir hier einen Elite-Gegner. Sollten wir auch nicht so viel verlieren, bis wir da sind. Dann starten wir auf der linken Seite. Und gerade hier bei diesem sphärischen Wächter ist natürlich Schmelzen absolut Gold wert. So einfach kann der Kampf sein gegen den. So. Davon würde ich jetzt auch mal nichts nehmen. Ich versuche jetzt mal ein bisschen sparsamer zu sein, was so Karten angeht. Hier hätten wir nochmal Multi-Entladung. Schleife wäre halt auch super. Wäre halt auch sehr günstig. Ansonsten hier die Tränke, Zocker, Gebräu, Kapazitäts-Tank würde ich halt auch nicht nehmen. Schnelligkeitstank könnte halt auch mal ganz nett sein. Aber ansonsten dunkle Fesseln. Ja, okay. Magnetismus. Könnte, würde ich halt mitnehmen, wenn ich die so kriegen würde. Multi-Entladung würde ich jetzt nicht nochmal nehmen. Sprung. Ich nehme mal. Ich nehme mal auf jeden Fall die Schleife mit. Und hier hätten wir. Luch-Abwehr brauchen wir jetzt nicht unbedingt so, würde ich sagen. Wir könnten aber durchaus mal schauen. Wir haben noch 241 jetzt. Das heißt. Wir könnten eine Karte entfernen und theoretisch Multi-Entladung nochmal. Kaufen. Aber, ich glaube einmal reicht. Ich glaube einmal reicht wirklich. Da würde ich lieber sagen, wir schmeißen hier einfach mal so einen normalen Schlag raus. Und. Ist jetzt so ein bisschen die Frage. Ich kann die halt auch damit nur maximal entladen, wenn. Wenn ich genug Energie habe. Deswegen. Ich bin unentschlossen. Gut, wir können Energie auch verdoppeln. Aber. Ach komm, ich nehme das jetzt mit. Dann haben wir die zweimal. Dann haben wir wieder 20 Karten. Und. Das ist jetzt bei denen hier auch gar nicht mal so verkehrt. Die wollen direkt angreifen. Wir haben hier schon mal statische Entladung. Immerhin. Defragmentieren. Blitz. Ansonsten ist das jetzt so ein bisschen hier die Frage, wie wir das machen. Ich könnte natürlich schon. Ich glaube, ich nehme jetzt einfach mal den Blockdrang. Okay. Chaos hätten wir hier. Ähm. Ich nehme jetzt hier direkt. Ich nehme jetzt hier direkt. Mache ich das jetzt? Oder. Das ist auch wieder ein bisschen. Ich spiele jetzt erstmal Chaos. So. Dann einmal Multi-Entladung. Das reicht halt nicht. Das ist halt das Problem. Gerade wenn es zwei Gegner sind, sollte man eher ein bisschen vorsichtiger mit sowas wie Multi-Entladung umgehen. Weil den Schaden will ich halt schon eher nicht so bekommen. Gut. Davon nehmen wir jetzt auch nichts mit. Und wir haben da oben auf jeden Fall noch einen Shop. Das heißt. Wir kriegen Fluch. Gebrechlich. Nehme ich jetzt mal mit. Und zwei Karten wurden aufgewertet. Das ist auf jeden Fall ganz okay. Dann nehmen wir das Event hier noch mit Heilung. Gute Frage. Ich habe halt auch noch die Rauchbombe. Deswegen würde ich eher eine Karte nehmen. Und... Ist hier denn irgendwas Tolles bei? Schattenorb? Ja. Vielleicht würde ich dann eher sowas wie... Die Sprung noch mitnehmen. Oder mit dieser Multi-Entladung könnte man halt auch gut Plasma-Orbs nehmen. So, wir haben hier direkt Sprung. Das ist schon mal super. Und... Ich spiele dann als nächstes eigentlich hier direkt schon... Multi-Entladung. Das war jetzt doof wegen Puffer. Das war jetzt echt ein bisschen blöd wegen Puffer. Verdammt. So, defragmentieren. Jetzt haben wir hier auch noch einmal verteidigen. Was halt auch schon super, super doof ist. Die gute Sache ist, dass wir nach dem Kampf ein Lagerfeuer haben. Ich würde direkt hier eigentlich erstmal einmal sowas wie Chaos spielen. Und dann einmal Verstärkte Hülle. Dann können wir den Schaden komplett abwehren. Und wir haben hier auch noch Doppel-Entladung. So, Schleife kommt jetzt ein bisschen spät. Wie machen wir das? Das 6x4 ist natürlich schon... Nicht ohne. Einmal bitte Chaos. Einmal bitte Blitz. Verteidigen. Habe ich halt dann so viel Energie, aber kann damit nichts mehr anfangen. Und wir kriegen trotzdem... Dann doch ein bisschen mehr Schaden. Und jetzt ist schon wieder so die Sache, wo ich mir denke... Okay. Ja, statische Entleidung ist an der Stelle jetzt halt auch ein bisschen... Bisschen doof. Ich würde eher Schaden machen und dann hier einmal verstärkte Hülle spielen. Dann haben wir zumindest 20. Ich will halt auch einfach nicht die Rauchbombe benutzen. Weil wir haben hier schon so viel passiert. So, Multi-Entladung. Dann haben wir dich auch klein bekommen. Mussten wir aber echt viel für bezahlen, so was Lebenspunkte angeht. Laterne ist okay. Zocker-Gebräu. Ja, von mir aus. Defragmentieren haben wir nochmal. Will ich dann direkt auch mitnehmen. Und am Lagerfeuer müssen wir uns jetzt natürlich hier ausruhen. So, bei 34 Lebenspunkten muss ich jetzt allerdings auch ein bisschen aufpassen. Sonst ist hier gleich ganz schnell Ende-Gelände. Schleife. Einmal Blitz. Einmal Chaos. Doppelte Energie brauchen wir auch nicht. Da habe ich bisher halt auch noch... Habe ich noch nie gespielt, ne? Ich warte halt immer auf den richtigen Moment. Das ist halt das Problem, auch an diesen Erschöpft-Karten. Dass man dann halt wartet auf die perfekte Situation. Aber die kommt dann nie und man spielt die Karte dann auch nie. So, wir können auf jeden Fall... Ich nehme jetzt einfach mal hier Stärke. Und wir machen jetzt genau was. Ich glaube, ich nehme auch das Zocker-Gebräu. Dann schmeißen wir hier die Scham einfach mal... Weg. Machen das so. Defragmentieren. Das ist schon mal ganz nett. Sprung können wir spielen. Das ist auch auf jeden Fall super. Statische Entladung. Und Multi-Entladung. Das sind dann halt schon immer so 50 Damage. Nicht zu verachten. So. 12 Damage. Wir haben hier nochmal defragmentieren. Vor allen Dingen, wo ich jetzt zweimal defragmentieren habe... ... kann ich die noch viel besser boosten. Multi-Entladung ist jetzt ein bisschen blöd hier mit Plasma da vorne. Aber okay. So. Verteidigen auf jeden Fall. Ja. Und Plasma hat halt kein... Wird durch Fokus nicht beeinflusst. Okay. Gut. Multi-Entladung werde ich jetzt... Na gut. Ich spiele jetzt Multi-Entladung. Um den Orb da vorne wegzubekommen. Weil gerade wenn ich halt über Orb Schaden mache... ... und es ist immer der erste... ... und ich habe dann so Sachen wie Plasma... ... mit denen ich halt keinen Schaden dann mache... ... ist das ein bisschen schwierig. So. Einmal bitte Chaos. Einmal Zoppel-Entladung. Und einmal schmelzen. Schmelzen. Für Pro-Op. Für Schaden zu einer Angriffskarte. Ja. Nee. Nee. Ich habe jetzt eben schon ein paar Karten genommen. Ich muss jetzt erstmal wieder ein bisschen gucken. Weil es sind jetzt auch schon 23. Parasit haben wir da bekommen. 25 Gold ist Barschlund. Ist ein bisschen spät dafür. Aber okay. Und... Ja, das ist ja eklig. Gut. Dann würde ich zuerst halt dann auch Scham entfernen. Brauchen halt für den Shop dann glaube ich auch... ... dann 100. Das ist jetzt auch ein bisschen doof. Gut. Das ist jetzt echt ein bisschen doof. Ich wollte halt unbedingt zum Shop. Aber hier haben wir ein Lagerfeuer. Und wir haben nur 40 Leben. Deswegen... Selbst wenn ich da links... ... da lang gehe und auch zum Shop... ... nee, ich gehe dann doch rechts lang. Dann ruhen wir uns hier aus. Und haben hier direkt einen Kamm. Gut. Das ist jetzt aber gar nicht mal so... ... blöd. Schleife haben wir. Zweimal defragmentieren können wir direkt am Anfang spielen. Und... Das doofe ist halt, dass die... ... Schaden machen. Oder ich sag mir einfach jetzt... ... wie übersp... Na, wobei. Auch Bombe. Na, ich... ... nehme das erstmal in Kauf. So. Wir können zumindest auf einmal Schaden abwehren. Dann ist es erstmal nicht ganz so schlimm. Statische Entladung. Ja. Die Karten bringen mir jetzt auch alle sehr viel. Vor allem Doppelentladung. Das war jetzt echt ein bisschen doof. So. Einmal Chaos. Einmal Verteidigen können wir ruhig spielen. Dann... Ja, das bringt halt alles irgendwie gerade nix. So. Einmal Kugelblitz. Können wir auch alle anderen Karten hier jetzt spielen. Ohne Probleme. Ich glaube, ich nehme... Ah, nee. Ja, komm. Ich nehme hier die Rauchbombe. Weil das ist mir schon wieder... Die klopfen mich wieder auf 20 Lebenspunkte oder so runter. Und dann... ... ist es auch ganz schnell wieder vorbei. So. Defragmentieren. Kugelblitze. Du machst mit der Zeit mehr Schaden, glaube ich. So war das doch. Aber du hast... Ja. Hm. 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 Mehr Orbslots wäre natürlich auch schon sehr nett. Nur einmal defragmentieren. Einmal Multi-Entladung. Reicht noch nicht ganz. Gut. Dann haben wir einmal Schleife. Einmal Multi-Entladung. Und das sieht doch eigentlich bis hierhin erstmal ganz okay aus. Du dürftest gleich auch tot sein. Und wir haben hier verstärkte Hülle und einmal Chaos. Und den Schaden können wir jetzt auch komplett abwehren. Dann bist du im Prinzip auch platt. 19 Gold. Gewitter wäre halt auch schon eine nette Karte. Aber das wäre dann, glaube ich, auch schon die dritte mit X irgendwas. Aber trotzdem. Rauchbomber habe ich jetzt nicht mehr. Ich könnte es mir jetzt einfach machen. Oder ich mache es mir nicht einfach. Ich mache es mir jetzt nicht einfach. Sprung spielen war. Und dann müssen wir halt echt gucken. Das war dich raushauen. Das mit diesen Blitz-Obs ist halt auch ein bisschen schwierig. Dann wieder gegen viele Minions auch. Oder generell viele Gegner. So. Noch ein Blitz. Einmal verteidigen. Ich bräuchte halt dann wirklich genug Verteidigung, damit ich dann diesen Super-Faktor kompensieren könnte, wo die dann gerade angreifen. So. Und defragmentieren. Mal bitte statische Entladung. Einmal bitte verstärkte Hülle. Einmal Doppel-Entladung. Konnte zumindest dann einen rausnehmen. Das Problem ist halt jetzt auch, dass wenn ich mich die ganze Zeit mit denen hier beschäftige, er halt keinen Schaden bekommt und irgendwann dann hier die Schellen auspackt. Schleife. Kugelblitz. Jetzt fangen nämlich die Probleme an. Nehme mal Multi-Entladung. Und es hat sich komplett verteilt. Zerstörung. Zerstörung. Ja. Da... Da weiß ich auch noch nicht so ganz, wie ich das angehen soll. Wenn ich vor allen Dingen auf diese Blitz-Orbs gehe und dann... Treffe ich irgendwann am Anfang, läuft das super. Aber sobald ich dann auch wirklich ständig auf Gegner treffe, auf mehrere Gegner treffe in einem Kampf... Und diese dann quasi hin und her geleitet werden. Gut, es gibt auch eine Karte dafür. Da kann ich dann sagen, okay, wird nur ein Gegner von diesen Blitz-Orbs getroffen. Aber die muss man dann halt auch erstmal haben. Ich brauche halt dafür mehr... Mehr Block. Oder irgendwas. Oder Puffer, um halt noch mehr Schaden abwehren zu können, damit ich das halbwegs kompensieren kann. Na gut. Wir machen nächstes Mal weiter. Ich weiß jetzt noch nicht, ob ich ihn nochmal nehme oder direkt die Stille. Wobei, ich glaube, ich nehme lieber ihn hier nochmal als nochmal die Stille. Mit der Stille läuft das halt auch... Obwohl, was heißt auch nicht gut. Mit der Stille läuft noch eine ganze Ecke schlechter, würde ich fast behaupten. Na gut. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Das war es erstmal wieder von mir. Und bis bald.